Grüß Gott, jetzt habe ich gestern, wie ich zufällig bei der Volksschule vorbeigegangen bin, mitgekriegt, wie der Bub von der Geschwändner Gärte und das Dirndl von den jungen Meixnern miteinander geredet haben. Man sollte nicht glauben, was man da erfährt, gell? Aber natürlich liegt es mir fern, Dinge, die ich von kleinen Kindern aufgeschnappt habe, weiterzuerzählen, gell? Das tut man nicht. Aber wir könnten ja so tun, als hättet ihr es auch live mitgekriegt. Justin, soll ich dir was sagen? Ich kriege zu meinem Geburtstag ein Pony. Ein richtiges Pony? Ja, ich glaube schon. Ich habe nämlich gestern meine Mama gesehen, wie sie in ihrem Schlafzimmerkasten ein Peitschen und Zaumzeug und Lederstiefeln versteckt hat. Und da drinnen, da versteckt ihr unsere Weihnachtsgeschenke auch immer. Bah, das ist ja voll dumm. Ja, wirklich. Das hat sie gesagt, die Kleine. Aber von mir habt ihr es nicht, gell? Führt ein Gott.